As-salamu alaykum und hallo liebe Genossinnen und Genossen zu einem neuen Videolog von mir. Ich möchte mich erstmal entschuldigen in einem der vergangenen Beiträge, wo ich mich sehr verärgert über das Verhalten gewisser linker Funktionäre nach der Berlin-Wahl ausgelassen habe. Es ist mir ein Fehler unterlaufen. Der Kreisverband Stralsund ist natürlich nicht verantwortlich. Ich habe eine Information wohl falsch verarbeitet. Und der Kreisverband Stralsund steht hinter der ehemaligen Sozialministerin von Meckbaum. Und die Genossen sollen uns auch erhalten bleiben. Der Ausschussantrag kommt von einem einzelnen verwirrten Geist aus der dortigen Partei. Und hat wohl auch die Unterstützung der führenden verwirrten Geister dort. Kommen wir nun zur aktuellen Lage. Die Kämpfe halten unvermindert an. Von einem Fortschritt, von einer irgendwie gearteten Kontrolle der NATO und ihrer Ratten über das Land kann nicht die Rede sein. Die Rebellen sind gescheitert in Sirte. Die Rebellen sind gescheitert in Bani Walid und haben sich zurückgezogen. Sie sind gescheitert in Sabah, in Gadanes, in Savija und vielen anderen Städten. Tobruk ist nach wie vor grün. In Benghazi wird gekämpft. In Tripolis wird gekämpft. Die Außenbezirke von Tripolis sind komplett in grüner Hand. Auch Teile des Hafens sind nach neuesten Berichten, die ich jetzt nicht bestätigen kann, in der Hand der grünen Truppen und schneiden somit den Nachschub für die Ratten in Tripolis ab. Was eine sehr positive Entwicklung ist und was darauf hoffen lässt, dass die Stunde Null, Zero Hour, bald kommen wird. Zero Hour ist ein Begriff, den Gaddafi geprägt hat für den Tag, an dem das libysche Volk mit voller Wucht zuschlagen wird, um die NATO und ihre Ratten zu betreiben. Aus dem Gang. Es wird auch schon berichtet. Also in den vergangenen Videologs habe ich berichtet, dass der irakische Widerstand und die Tuareg unterwegs sind. Der irakische Widerstand hat schon dafür gesorgt, dass sich gewisse Taktiken im Widerstand geändert werden. Die Anschläge, die Angriffe der libyschen Verteidigungsstreitmacht werden immer effektiver und tödlicher. Es wird gezielt versucht, die nicht-libysche Militärische Führungsebene der Ratten zu bekämpfen. Das hat auch dazu geführt, dass in der vergangenen Woche zig NATO-Rattenkommandeure getötet wurden oder von den libyschen Verteidigungsstreitkräften gefangen genommen wurden. In Sirte wurde versucht, nach Tripoli-Vorbild eine Landung durch den Hafen durch NATO-Spezialkräfte zu forcieren, was aber durch die Bewohner von Sirte abgewehrt werden konnte. Es gibt also kaum Fortschritte für die Ratten, dass er jede Menge Erfolgsmeldungen aus der grünen Widerstandsbewegung, die immer noch den größten Teil Libyens unter Kontrolle hat und auch an der Küste Fortschritte macht. Also die Umgebung von Benghazi ist zum Beispiel komplett grün. Also die Ratten sind in Benghazi eingeschlossen, die von der Versorgung durch die NATO abhängig sind. Gleiches gilt für Tripolis. Und es ist Zeit, Leute, aufzuwachen, diesen Krieg anzufrangern. Es ist wirklich mal eine Chance, auch einen Sieg über die NATO, einen historischen Sieg über den Imperialismus. Und dafür, das ist auch Zeit dafür. Und es wird keine Hände mehr in den Schoß legen, jetzt müssen wir richtig ran, Leute. Wenn wir auch nur in irgendeiner Form wieder irgendwie relevant werden wollen für die Befreiungsbewegung in der dritten Welt, für die Genossinnen und Genossen in anderen Ländern, dann müssen wir jetzt aktiv werden, dann müssen wir jetzt klar benennen, Ross und Reiter in diesem Konflikt. Wir müssen unsere Bundestagsabgeordneten, sollen sich mal in die Potten kommen und die Wahrheit über diesen Konflikt im Parlament erzählen. Und bitte nicht nur, Krieg ist böse Losungen, sondern wirklich konkret. Das, was Sirte und Bani Walid angetan wird von Saba, das geht auf keine Kuha mehr. Das ist Fallucha, das ist Guernica, das ist Milice. Das sind ganz übelste Verbrechen unter dem Einsatz von verbotenen Waffen. Man hat versucht, die Bevölkerung von Bani Walid zu vergiften. Man hat versucht, diese Bevölkerung mit Senfgas zu vergiften. Man hat weißes Phosphor eingesetzt in Sirte und Bani Walid. Und Flächenbombardements auf zivile Wohngebiete sind alltäglich in Libyen. Das NATO-Massaker nimmt Ausmaße an, die sich kein Mensch vorstellen kann. Und das libysche Volk ist bereit aufzustehen und zu sagen, es reicht. Das libysche Volk kämpft für die gesamte Welt, für das Völkerrecht, für die Ausgebeuteten und die Unterdrückten auf der gesamten Welt. Und die Solidarität muss jetzt endlich kommen, auch von uns hier. Friedensbewegung, wo seid ihr? Wo sind eure Aktionen? Es kann nicht sein, dass wir uns an den Orwellischen Sprachkodex der herrschenden Klasse halten, nur aus Angst, als Verschwörungstheoretiker abgestempelt zu werden. Mir ist das so egal, ob der Spiegel oder sonst irgendwelche Presse-Rappen. mich als Verschwörungstheoretiker bezeichnen oder sonst irgendwie. Das ist mir jetzt sowas von, geht mir am Arsch vorbei. Weil ich weiß, von wem es kommt, nämlich von Leuten, was weiß ich, auf solche Leute brauchen wir nicht hören. Das mag ja die veröffentlichte herrschende Meinung sein, der Presseorgane, aber die Leute glauben längst nicht mehr diesen Lügnern und Hetzern. Und daran sollten wir andocken, an das Misstrauen der Bevölkerung gegen die herrschenden Medien. Und es kann nicht sein, dass sogar Linke, sogar Leute, die sich Kommunisten nennen, einfach gewisse Sachen nicht mehr ansprechen, weil sie sie irgendwie Verschwörungstheorie halten oder aus der Infokrieger-Szene oder sonst irgendwie, die sich irgendwie rechts verorten. Überall auf der Welt arbeiten die Linken zusammen mit diesen Leuten, beziehen Informationen aus dieser Szene. Und nur in Deutschland gibt es so einen reflexartigen, ich kenne das nicht, es ist Nazi. Und so eine Reaktion ist völlig unwissenschaftlich und eines marxisten-Venimisten eigentlich unwürdig. Das sollte eigentlich jeder wissen. Die kommunistische Bewegung hat selbst genug Erfahrungen mit Verschwörungen und Komplotten gegen sie. Durch die Imperialisten, dass sie nicht einfach so wie die bürgerlichen Leitmedien über diese Sachen hinweggehen können. Wenn bestimmte Verdachtsmomente bestehen, dann ist es das Recht eines jeden, der die Mittel dazu hat, mit seinen Mitteln, mit zu fliegenden Mitteln, Nachforschungen zu betreiben, Informationen zusammen, Theorien aufzustellen. Nur so kann man sich Stück für Stück der Wahrheit annähern. Und nicht dadurch, dass man einfach sagt, oh Verschwörungstheorien, ich befasse mich damit nicht. Oder sonst halten mich die anderen für irre. Die Leute halten einen nicht für irre. Sie wissen ganz genau, viele haben erlebt, wie Jahrzehnte, wie sicher die Renten sind zum Beispiel und wie groß die Lügen verherrschen, wenn Propaganda sind. Wahrscheinlich haben Journalisten mittlerweile einen schlechteren Stand in der Bevölkerung als Politiker. Und das will einiges heißen. Und die Leute lesen das, was in den Mainstream-Medien kommt oder sehen es im Fernsehen. Sie nehmen es zur Kenntnis und glauben es erstmal nicht. Ich habe überraschende Erfahrungen gemacht mit ganz unpolitischen Leuten, die ich hier bei uns in der Stadt getroffen habe. Wir sollten uns da nicht verschrecken lassen. Und wir sollten immer daran denken, dass wenn eine Theorie abstrus erscheint, gibt es da, wenn sie dennoch wahr ist, was würde das bedeuten? Und allein aus dieser Folgerung kann man schon ableiten, dass Nachforschungen berechtigt sind, ohne dass man jetzt da an diese glauben muss oder an die Vertreter von irgendwelchen Theorien. Es ist einfach eine Frage. Wenn man etwas nicht weiß, dann versucht man sich Wissen darüber anzueignen. Und dieses Wissen geht nur über das Aufstellen von Hypothesen und deren Falsifizierung bzw. Verifizierung. Und allein das Vertreten von gewissen Thesen als Verschwörungstheorie abzutun, ohne dafür irgendwelche Gegenbeweise zu liefern, ist einfach ebenso strange und eigentlich völlig anti-marxistisch, anti-wissenschaftlich. Das heißt nicht, also es gibt gewisse Sachen, die muss man zum Beispiel nicht verfolgen, zum Beispiel die Wohlwelttheorie und solche Scheiße oder Reptiloidenherrschaften. Also irgendwo gibt es schon noch Grenzen, das ist klar, aber es gibt sehr viele Vorkommnisse, die in die Verschwörungstheorie-Ecke abgetan werden, ohne dass man sich näher darüber informiert. Und man trappert eigentlich nur nach, was die herrschende Propaganda vorgibt. Und ich denke, aus unserer aller Erfahrung, dass es eigentlich keinen Grund gibt, denen zu glauben oder deren Dings nachzubeten. Wenn jemand meint, Chemtrails vergiften die Atmosphäre, dann hat er das Recht, da Nachforschungen anzustellen. Dem brauchen wir es dann nicht abtun, als irgendwie Idioten oder so. Das ist völlig unabhängig davon, ob man daran glaubt oder nicht, oder was man für richtig hat. Stellt euch mal vor, es wäre wahr. Wärt ihr dann nicht froh über diejenigen, die Nachforschungen in diese Richtung angestrengt hätten und diese Schweinereien auch gedeckt hätten. Also wenn nichts dran ist, ist auch nichts verloren. Aber wenn was dran ist, dann ist das ideologische Spezialmunitionen im Klassenkampf gegen den Imperialismus. Das sollte man sich klar machen. Und in dem Sinne seid etwas entspannter und konsequenter in den wichtigen Sachen.